Das sollte man wissen über Frauen. Periode, wie fühlt sich das eigentlich an? Wie kommt das zustande? Und wie kann man der besseren Hälfte helfen? Das klären wir jetzt. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, wie kann die Periode eigentlich schmerzen? Warum ist das so? Da muss man sich den Zyklus der Frau natürlich nochmal vergegenwärtigen, wenn man sich den anschaut und ein Augenmerk legt auf die zweite Zyklusphase, da wo dieses Gelbkörperhormon gebildet wird, wie ihr in der Abbildung hier seht. Und wenn dieses Gelbkörperhormon irgendwann abfällt und keine Schwangerschaft eintritt, dann ist das natürlich das Zeichen für den Körper, dass die Schleimhaut, die schön aufgebaut wurde, für eine mögliche Schwangerschaft ausgestoßen werden soll. Und dieses Ausstoßen, das passiert eben nicht schmerzlos. Und das liegt daran, dass dieser abfallende Hormonwert von diesem Progesteron Botenstoffe triggert, sogenannte Prostaglandine. Das sind Entzündungsbotenstoffe. Wenn du also eine Entzündung irgendwo hast, am Arm, am Ohr, im Gesicht oder auch Fieber hast, dann sind diese Prostaglandine auch beteiligt. Die tun schon mal per se weh. Vor allen Dingen bei Frauen, die einen Prostaglandin Überschuss haben, gibt es tatsächlich. Jetzt kommt das Zweite. Diese Prostaglandine führen dazu, dass die ganzen Gefäße, die diese Schleimhaut erst aufgebaut haben in der Gebärmutter, diese Gefäße gehen zugrunde. Sie werden einfach wie abgedreht. Das tut ordentlich weh. Es entsteht nämlich vor Ort eine Blutarmut, eine sogenannte Ischämie. Wenn du eine Minute lang jetzt Sit-Ups machst, wenn du eine Minute schaffst, ist schon mal sehr gut, aber wenn du das machst, tun die letzten Sekunden enorm weh. Du kriegst kaum noch den Oberkörper hoch. Und so ähnlich kann man sich einen Schmerz vorstellen, auch wenn das überhaupt nicht vergleichbar ist. Denn Muskulatur ist eine Muskulatur, die man steuern kann. Ich kann einfach aufhören, Sit-Ups zu machen. Die Frau hat eben keine Kontrolle über ihre Gebärmutter. Die kann ich einfach sagen, hör mal auf. Und jetzt kommt das Nächste. Durch die Prostaglandine und durch das Abzwacken dieser Gefäße will die Gebärmutter jetzt diese Schleimhaut loswerden. Denn offensichtlich hat sich keine Schwangerschaft eingenistet. Das kannst du dir am besten so vorstellen, wenn du dir die eigene Faust anguckst. So groß ist ungefähr eine Gebärmutter. Und die ist nichts anderes als ein riesiges Muskelorgan. Und dieses Muskelorgan, das zieht sich jetzt zusammen, um die Schleimhaut eben loszuwerden. Das tut weh. Was kannst du jetzt unterstützen zu dieser Phase machen? Erster Punkt, Kommunikation und Hilfe anbieten. Wenn sie sagt, möchte keine Hilfe, lass mich in Ruhe, dann lass sie bitte in Ruhe. Aber Hilfe anbieten ist erstmal nie verkehrt. Zweiter Punkt, Wärme. Wärme hilft bei Muskulatur immer sehr gut. Ob es die Wärmflasche ist oder ein Tee ist, biete es an, bring ihr eine Wärmflasche regelmäßig. Gibt auch so Wärmepflaster, die man auftun kann. Hilft unglaublich gut und kann da schon Linderung schaffen. Drittens, ja, klingt jetzt nicht so ganz logisch, aber Bewegung hilft tatsächlich, weil Bewegung fördert die Durchblutung vor Ort. Und die Durchblutung macht wieder Wärme und macht die Muskulatur weicher. Also ein schöner Spaziergang, biete es an, vielleicht funktioniert das Ganze schon. Unabhängig davon blende ich dir hier mal eine Tabelle ein. Diese Dinge wurden alle untersucht, ob sie helfen oder nicht helfen. Man sieht diese NSAID, Ibuprofen etc. helfen natürlich sehr gut. Auch TENS, also so ein Elektrostimulationsgerät, kann helfen. Aber auch Magnesium, wenn du also zur Apotheke läufst und 300 bis 600 Milligramm Magnesium ihr am Tag anbietest, kann das auch schon Linderung schaffen. Versuch ist es allemal wert. Schreib mir doch bitte mal in die Kommentare, ob das Video dir geholfen hat, das besser zu verstehen und vielleicht auch, was bei euch geholfen hat. Mein Name ist Dr. Medcon-Sendin Wagner, ich bin Frauenarzt und ich verschreibe mich auf den sozialen Medien in der Aufgabe, dass ich die Frauenheilkunde wieder en vogue mache. Denn sie wurde in den letzten Jahrzehnten einfach missachtet und stiefmütterlich behandelt. Ihr helft mir, indem ihr abonniert, das Glöckchen aktiviert, dass ihr keine Inhalte mehr verpasst, um den Frauen und Männern besser zu helfen, sich selbst zu helfen. Untertitelung des ZDF, 2020